So, dann machen wir mal richtig sauber spritzisch weiter in Stalker Clear Sky und zwar gehen mit den Ortskunnigen in die großen Sümpfen. In die großen Sümpfe. Juh, dann... Wären wir das wahrscheinlich mal machen müssen. Ah, da steht er. Ich bin ganz ohr. Ja, du bist ganz ohr, okay. Ich soll dich also den großen Sümpfen führen. Ja. Du kennst die Regeln. Dir werden die Augen verbunden. Wenn du meine Schulter nicht loslässt, wird dir nichts geschehen. Okay. Wir sind da. Du kannst also deine Augenbinde abnehmen. Versuch nicht mehr zu folgen, das wird nicht klappen. Wenn du in die Basis zurückkehren willst, musst du einen der Leute im Fischertorf fragen. Verschärke die Präsenz vom Clear Sky in den Sümpfen. Juh, dann bin wir da mal. Du bist jetzt im großen Sumpf, Söldner. Sei äußerst vorsichtig und spiel nicht den Helden. Wirf einen Blick auf die PDA. Dort findest du Informationen über die Positionen unserer Trupps hier. Ich würde sagen, du begibst dich zum Fischerdorf. Dort sind sie nämlich. Wir halten nicht viel länger durch. Schnell hilf uns. Ich bin schon auf dem Weg. Das muss ich selber jetzt mal gucken. Wir wollen da lang. Wir werden ihn hiermit ausräumen. So, die Fischer ist mir um den. Oh, Granate. Oh, der ein Schwein, ey. Oh, shit. Wechsel doch die Waffe. Danke für deine Hilfe. Komm später in der Basis vorbei. Wir werden uns irgendwie erkenntlich zeigen. Versprochen. Dankeschön. So, werden wir hier erstmal schön die Muiton mitnehmen. So, wo liegen denn die alle? Da ist die Knarre. Ja, schön Muiton mitnehmen. Ganz wichtig. So, die Firma dankt. Okay. Los jetzt. Weiter jetzt. Wollen wir mal die Knarre wechseln. Okay. Wollen wir mal die Knarre wechseln. Alter. Da drängen wir doch hier nicht so, ey. Ihr Affen, Alter. Knallestell ab, ey. Alter, wir kriegen das mal vor, ey. Das dauert nicht so lange. Da kommt jemand noch. Was? Boah. Was? Das ist ja nicht so. Na, hol'n. Rann'n. Na, mach'n'n. Aber die saumisch runtergeschmissen hier. Mann. Soll'n nicht sein. Lebt der noch? Wartet? Ja. Boah! Wie kleine Sau. Boah! Auch ein müde Kitt, ey! Meine Fresse, ey! Alter! Spann dich doch mal, Alter! Sie zu Hause, ob uns die Jungs verschwunden sind, wir müssen doch mit dem Regnen sehen! Keine Sorgen, Boys, wir Grinscher! Vorsicht! Komm auf deinen Angriff! Ja, hoch noch, ey! Mal mal Abspeichern! Schauen! Ja, ich sag ja, er kriegt hier auf heute Sache! Haltet die Augen offen! Naja, wär schön, wenn jemand da mal Platz machen würde, da... Ach, Mann! Na, endlich! Nicht! Weil, braucht die ganze Munition, die sie hier haben! Mal speichern! Feuer, 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 Feuer! Ja, ja, ja! Sehr schön, sehr schön! Boah, komm! Komm! Komm, hin, hin, hin! Ach! kann doch nicht sein mann 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 erst mal einsam hier so, schwächern so, wo jetzt hin, erst mal gucken Bauernhof alte Kirche hier na, gehen wir mal hier lang boah, was war das jetzt mal gucken, wo wir lang in den Nordosten ein jetzt wirds interessant, jetzt wird auch ne dicke Knarre sehr schön ja, hier musst du draus mal speichern ey, uns verrückst die Knarre hat keinen Kick hinter in den Nordosten hier kann man nicht mehr so, das ist ja so, das ist ja Oh, fett, Alter. Geil, alle wieder erwischt. Alles schon einsammeln. Mehrfach speichern und dann läuft das hier. So, wenn wir hier mal spritzig rüberrennen. Oh, nein. Verpüß dich, Alter. Oh, die Muskel ist eine Brücke gekommen. Oder ein Überweg. Wie auch immer. So, jetzt wird es interessant. Das wird geil. Na, komm, schreck dich. Oh, Alter. Oh, schon mal innerweig, ja. Bisschen hartnäckig, Alter. Na, komm, 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 komm. Oh, ich brauche einen Midi-Kit. Nachlaufen. Oh, ich brauche einen Midi-Kit. Oh, du, ich kann nicht auch, Alter. Kleine Sau, ey. Oh, Mann, ey. Oh, fuck. Ah, Mann, ey. Oh, nein, aber. Oh, nein, aber. Oh, nein, aber. Wunderbar, ich soll schon heilen die ganze Hütte ist noch voll na komm oh da ist umgefallen komm laut noch sauber der andere ist hier drin aber Munition sehr schön kann ich mich alle brauchen was die hier haben alles mitnehmen was ist mit der Knarre eigentlich er ist jetzt weg, egal umso leichter ist der Rucksack wieviel Schuss haben wir hier 400 läuft abspeichern mal gucken ob hier noch wie nah ist warte mal hier verteidigte das lager auf dem bogenstamm na eins geht halt nur mal hier scheint keiner mehr zu sein na schein ja was denn na 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 komisch geht mal wieder nicht weiter naja irgendwo herkenne ich das mal das haben wir hier holt holt ihr die Belohnung na komm renne ich da nochmal hin geh dann zum lager zurück holt ihr meine Belohnung dann safen wir es mal ab ok hat sich auch erledigt dann holen wir uns die Belohnung ab halte den Punkt bis Hilfe kommt naja hat er mal da lang oh man das war schon immer so bucky ey Lager auf Baumstamm ja wie gesagt alle können wir nicht machen das ist unmöglich na komm stopp alter der 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 ist voll mal warte mal die 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 Boah, komm, duck dich Boah Drei noch Zwei noch Bleib geduckt, ich brauche ne Binde Sehr schön, ist doch der letzte Mann, komm schon Na endlich Der hat sich die auch bequem gemacht Granate Munition, ganz wichtig Alles mitnehmen erstmal Was wir haben, haben wir Ne, wir holen uns erstmal die Belohnung ab Alles besser Dann können wir abzeifen und dann ist alles schick Mal abspeichern Halte den Punkt, bis Hilfe kommt Ah, ist aber auch so weit Der liegt schon etwas länger Sehr schön Das ist einer von uns, sehr schön Alter, wo ist denn der verdammte Lager, ey Oh Mann Ortskundiger, ach, den brauchen wir ja auch Ja, stimmt ja Jetzt kommen wir ja nicht zurück Was gibt's, Stalker? Äh, wohin kannst du mich führen? Äh, Clear Sky Basis Boah Was ein Game, ey So, dann holen wir uns die spitzige Belohnung erstmal ab Ah, der wird hier drin sein, ja Du bist zurück? Oh, sei gegrüßt, Gast aus der Fremde Was führst du mit dir? Einen bestenden Geldbeutel oder ausgezeichnete exotische Wunder? Weder noch, leider Ich wurde von einer Emission getroffen und bin nur knapp mit dem Leben davon gekommen Bin jetzt vollkommen blank Die Emission scheint meine Sachen über die ganzen Sinfe verteilt zu haben Ja, ich hab deine Geschichte gemacht Ich denke, das Wichtigste ist, dass du noch am Leben bist Die Gegenstände lassen sich gleich genug ersetzen, wenn dich die Zone gut behandelt Also, wollen wir handeln oder hast du Fragen? Ist schon erstaunlich, selbst Mitte den Sümpfen ist in einer so geheimen Organisation wie dieser kann man auf einen Händler treffen, ha, ha Genau so sind wir Unser Ruf mag zwar nicht der beste sein, aber wir Händler werden trotzdem überall gebracht Selbst in der Zone, selbst in den Sümpfen, selbst unter der Erde Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Zone Sperrgebiet ist Die Situation hier ist eigentlich ziemlich einfach zu beschreiben Die Außenwelt interessiert sich für die Zone und umgekehrt, aber offiziell ist es verboten, untersagt und was der Teufel ist Deswegen gibt es uns Verstehe, allerdings kommt es mir so vor, als würde dein Geschäft nicht so gut laufen Warum die kleine Auswahl? Äh, wer weiß Vielleicht haben die Stocker ja schon alles gefunden, was man finden kann Den Schmelzer zu passieren wäre ein Traum Das heißt, dass man dahinter mehr Artefakte finden kann, als man in seinem ganzen Leben verkaufen könnte Vorausgesetzt natürlich, dass man dort nicht gleich ins Graspe ist Es ist an der Zeit, dass wir Händler uns zusammenschließen und einen Weg finden, an diesem Schmelzerweg vorbeizukommen Ihr seid nicht die Einzigen, die in dieser Rischung Ausschau halten Ja, ich weiß Aber egal, ich hab wieder einmal zu viel geredet Zeit ist Geld und wenn du handeln willst, dann los Falls nicht, schon einen Tag noch Hast du etwas für mich? Sehr schön Schau doch mal vorbei, wenn du wieder in der Nähe bist Na, du hast teure Scheiße am Arsch, ey Jo, dann würde ich mal sagen, schweiß mal hier mal spritzig ab Und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter Also haut da rein, bis dann Also, wenn du wieder in der Nähe bist, dann bist du wieder in der Nähe Bühne Dann geht's mal auf jeden Fall in der Nähe Bühne Und dann kann ich mir da jetzt auch schon mal ab Untertitelung des ZDF, 2020